Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Batman Arkham Origins. Ja Leute, wir sind jetzt in der Hauptmission. Die letzte Folge haben wir gegen den Shirak gekämpft. Ich vermute mal wir kämpfen weiter mit ihr, weil es war noch nicht das Ende. Und ja, dann würde ich mal sagen, nicht so lange quatschen, Abo, Like nicht vergessen und Anfang, Affabrik doch mal. So, ähm, diesen Mist weiß ich nicht wo das ist, aber versprochen, ich werde das noch finden. Ich werde das euch versprechen, Leute. Und ja, Katze, weg vom Grenzenfenster! Ja, leckt mich doch auch. Was soll ich machen? Katze, Katze, halt, kann man jetzt machen. Äh, ja? Ja, komm, geh mal zu Fuß. Jetzt habe ich ihn. Jetzt, wir uns gehen. Das hier ist eine Kalt. Geht in Position und wartet auf meinem Provo schiert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er geißelt auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. Geht! Geht! Feuer frei? Wo ist Feuer frei? Wo ist denn der Wexler? Da bist du doch! So, wo bist du jetzt? So, wo ist das? 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 So, wo soll ich denn noch gehen? So, wo ist das? 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 Ah, da ist, da ist was. Schummel. Wahrheit. Informationen. Wartung ist da. Sie können da nicht rein. Firefly hat die Brücke mit Sprengsätzen versehen. Zeig dich! Legen Sie los! Nein! Rufen Sie sie zurück! Firefly, die Wombenzünde werden unzählige Sterben. Diese Leute sind wegen dir in Gefahr! Es geht um dein Kopfgeld! Gib einfach auf! Ich werde Firefly selbst schnarchen. Schicken Sie niemanden los, bis Sie wissen, dass es sicher ist. Du hältst dich da raus! Hörst du mich? Das war der Gurt von den Bombenern. Ich bringe dich auf! Wren! 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 Das ist doch schon ein Ziel. Perfekt. Das ist doch schon ein Ziel. Das ist doch ein Ziel. Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Okay. 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 Weiter geht's. Okay. 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 So. Okay. So. Okay. 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 Ja, Späck! Moment, er lebt noch. Ich brauche hier mal Hilfe. Okay, okay. Ich brauche hier. Ich brauche hier, ich brauche hier, ich brauche hier. Ich brauche hier, ich brauche hier. aus dem Nordenstift fliegenden Zahne kommt. Uh-oh, einmal. Springstoch. Brennbar. Eine Bombe weniger, jetzt noch die anderen drei. Stufenanstieg. Die Person hat eine Gasleitung mit einem Flammenwerfer getroffen. Feuer am Norden. Verdacht. Ich öffne die Feuertür für den Bereich für die geisernischen Schiffe. Das ist eine große Klappe, Brick. Unter anderem Umständen könnten wir alles wieder machen. Der hat sich nicht unter anderem geflogen. Der Jaksi-Bomb mit euch hoch! Mit uns rein! Was ist das? Geh! Geh! Perfekt. Ah, vielleicht da, so. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hä? Komm, bitte nicht los, du Freak! Bitte nicht los, du herzgerechtes Tagloch! Komm, bitte nicht los, du Freak! Bitte nicht los, du selbstgerechtes Arschloch! Komm, bitte nicht los! Geht nicht los, du Freak! Komm, bitte nicht los! Es waren die Sionis! Der Joker hat das Kopfgeld ausgesetzt! Der ist hinter Gittern! Hab ich gehört! Aber wir beide haben noch ne Rechnung offen! Du kannst dich den Rest der Nacht ausruhen! Komm, was mach ich denn überhaupt falsch? Komm, was mach ich denn überhaupt falsch? 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 Ähm... Was mach ich denn überhaupt falsch? Also mach ich? Ähm... Vielen Dank. Keine Ahnung, muss ich später schauen. Ich weiß, dass es ehrlich gesagt auch nicht mehr bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Geht auch nicht! Du hast einen Schwur geleistet, das Gesetz zu achten. Wenn ich dich nochmal sehe, erwarte ich, dass du dich daran hältst. Ja, ja, Sir. Es tut mir leid. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Die Bombe ist sicher, äh, Mr. Firefly-Server. Firefly hat seine Geiseln in einem Waggon voller Sprengsätze gesperrt. Ja, guter Plan. Hey, Sie! Sie müssen uns hier rauslassen! Ich muss überhaupt nichts, Lady! Was ist los? Willst du nicht hochgejagt werden? Wir sind Tiere? Ich bin nicht derjenige, die fäbigt, Lady. Ich! Ich bin der Schlumberer. Ich seh ihn! Ich seh ihn! Ich bin der Schlumberer. Für alle Züge Richtung Züge werden Verspätungen erweitert. Vielen Dank für die Fahrt mit Gotham Transit. Ich hole Sie da raus. Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Perfekt. Eins. Verdammt! Wir suchen uns, um ihn zu erledigen! Hier ist Dardard! Perfekt. Kann er uns helfen? Keine Ahnung. Aber diese Typen hat er ganz schön vermöbelt. Ich hab von ihm gehört. Er ist ein gesuchter Krimineller. Bleiben wir ruhig. Vielleicht geht er wieder. Seien Sie keinen Ahnung. Warum hätte er das alles getan, wenn er uns nicht helfen wollte? Wenn Sie so sicher sind, warum füstern Sie dann? Haltet doch einfach den Mund und seht, was er tut. Bitte helfen Sie uns, holen Sie uns hier raus. Da ist ein Kontrollraum. Damit haben Sie den Zug angehoben. Senken Sie ihn ab, damit wir hier raus können. Kontrollraum. Wenn ich diese Bombe nicht entschärfe, könnten alle auf dieser Brücke sterben. Kontrollraum. Wo? Vielleicht da? Dies ist ein automatischer Alarm. Es gibt eine Notfallsituation. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Ausgang. Oh, okay. Okay. Entschuldigung. Genau. Ich glaube, es ist kein Erinner. Perfekt. Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg. Verdammt. Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Coats, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Coats haben. Vielleicht kann Captain Gordon... Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Wunde. Besorg mir diese Coats, bis ich fertig bin. Verstanden. Ich tue mein Bestes. Verstanden. Ich bin zum Menschen. Daher kann man, dass die Gehe ist. Für alle Füge Richtung Normen werden versperrungen erwartet. Viel nachgeregt mit Gotham Trendred. Was ist das? 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 Doch noch eine Bombe! Am anderen Ende der Brücke! Was ist das? Wohin soll ich denn gehen? Sie erzählen Geschichten von dem Helden, der Sie gerettet hat. Ich möchte kein Lob, Alfred. Das dachte ich mir. Es ist so schwer, einmal gute Laune zu haben, Sir. Ich werde nicht die Brücke in jedem Reif zu brengen. Er verbringt jetzt die Fahrtfolge. Die halbe Brücke stehen in Blase. Land auf Astral, hauert die Brücke. Die Bromben lassen sich versparnen. Ich muss die letzte Bombe erreichen, bevor Gordon und seine Männer Firefly zum Handeln zwingt. Weiter. Was ist das? Wo ist die Fledermaus? Die verdammte Fledermaus ist genau hier! Eins. Zwei. Okay, jetzt geht das auf. Okay, jetzt geht das auf. Was ist das? Auf dem Weg! Hier! Er ist direkt hier vorne! Ich sehe ihn! Okay, jetzt geht das auf. Auf geht's, Leute. Gordon, ich habe drei der vier Bomben entschärft. Sobald ich die letzte Bombe entschärft habe... Wir stürmen jetzt. Dafür ist es zu spät. Ach, Gott. Alfred, öffne die Brandwurztür. Okay, Leute. Dann sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo und Like nicht vergessen. Dann sage ich mal... Au revoir. Ciao. Bis dann. Euer Jinyakuza. Tschüss. Tschüss.